Wir haben bereits die erste Frage überkommt. Muss ich das hier wieder rein? Die erste Frage ist etwas pressant. Darum machen wir es gerade. Die erste Frage ... ... war sie. Wo ist sie? Wo ist die erste Frage? Ich habe die Ausdruck. Wo ist jetzt die erste Frage? Ich habe die hierhergelegt. Jetzt finde ich die erste Frage nicht mehr. Das ist ja verdammt mühsam. Jetzt habe ich doch vorher die Frage noch gehabt. Ist dort ein Blatt mit Fragen? Irgendwo. Da, ich habe es gefunden. Also, jetzt habe ich die Frage gefunden. Wenn im Wetterbericht steht, Wind NW3. Was ist das? Und da hat er mich jetzt gefragt. Und jetzt muss man wissen, dass NW3, das ist eine Wetterstation. Also, NW3 ist eine Wetterstation. Die ist bei London, bei Hampshire. Hampstead, bei London. Da nehme ich an, dass man in drei Stunden sich vom Wind ... Oder beim Tauchen, vielleicht ist sie auch tauchen. Der Wind kommt einfach von irgendjemand und geht bei dir durch. Und dann geht er wieder weiter. Und das in dreifacher Geschwindigkeit. Also, dann hätten wir schon die erste Frage beantwortet.